Nach Tränenauftritt im TV, Florian Silbereisen rührt mit emotionaler Aktion. Nach der emotionalen Überraschung in einer seiner Schlagershows startet Florian Silbereisen nun seinen Gegenbesuch, er weiht den nach ihm benannten Musikraum in einem Kinderhospiz ein. Magdeburg, seit 2013 ist Schlagerikone Florian Silbereisen, 42, Schirmherr für das Kinderhospiz der Pfeiferschen Stiftungen in Magdeburg. Die Einrichtung begleitet sterbenskranke Kinder und Jugendliche gemeinsam mit ihren Familien auf ihrer Krankheitsreise. Bei seinem letzten Schlager-Event wurde Florian Silbereisen von dem Hospiz auf der Bühne überrascht, das rührte den Sänger zu Tränen. Jetzt hat er dem Kinderhospiz einen Gegenbesuch abgestattet. Der emotionalste Moment, Florian Silbereisen über Tränenauftritt bei Schlagerüberraschung Bei die große Schlagerüberraschung, für Florian Silbereisen, wurde der Moderator nicht nur einmal überrascht, ein Auftritt rührte Florian Silbereisen aber zu Tränen. Und zwar haben Vertreter des Kinderhospizes der Pfeiferschen Stiftung Magdeburg dem Schlagerstar auf der Bühne für seine Unterstützung als Schirmherr der Einrichtung gedankt. Mehr noch, sie verkündeten, dass der Musik- und Sinnesraum des Hospizes nach dem 42-Jährigen benannt worden ist. News aus der Welt der Unterhaltung gibt es in unserer neuen Merkur.app. Weitere Informationen zur App gibt es hier. Alternativ bietet auch unser neuer WhatsApp-Kanal Beste Unterhaltung. Wenn man dann so eine Überraschung erleben darf, da konnte ich dann tatsächlich die Tränen nicht zurückhalten. Das war für mich der emotionalste Moment des Abends und wahrscheinlich der emotionalste Moment, den ich jemals in einer Show hatte, erzählt Florian Silbereisen gegenüber Gala, die ihn bei seinem Hospizbesuch begleitet haben. Der Gute-Laune-Moderator beschreibt die Einrichtung als einen fröhlichen Ort, obwohl das Schicksal tagtäglich manchmal sehr, sehr grausam zuschlägt. Florian Silbereisen möchte für Kinder Schlagerparty veranstalten. Dem Sänger wird bei seinem Besuch die Ehre zuteil, den Musiktherapieraum zu eröffnen. Der Showmaster erzählt, dass er es sich nicht nehmen lassen wird, für die Kiddies ein kleines Konzert darin abzuhalten und eine kleine Schlagerparty zu veranstalten. Seine Schirmherrschaft ist dem Moderator sehr wichtig. Er möchte mit seiner Reichweite vor allen Dingen auf die Arbeit in dem Kinderhospiz aufmerksam machen und Spenden sammeln. Zuletzt verkündete Florian Silbereisen, dass zu seinem Hit Das Wissen Novia mit Schlagerkollegin Beatrice Egli, 35, ein Musikvideo produziert wurde, und schon im Teaser heizten die beiden wieder ordentlich die Gerüchteküche an.